Während des gemeinsamen Mittagessens war Angela ziemlich schweigsam, was jedoch kaum auffiel. Tiziana fiel es nicht schwer, die Konversation fast allein zu bestreiten. Sie glühte geradezu für ihren Beruf, und das auf eine sympathische Art und Weise. Nur dass sie alle paar Minuten ihre Hand auf Vittorius legte und ihn mit ihren Blicken fast verschlangen, fand Angela äußerst irritierend. An diesem Tag trug Tiziana kaum Make-up, nur ein Liedstrich unter den großen, ausdrucksvollen Augen, und dennoch war ihr Teint makellos und ihre Lippen leuchteten himbeerrot. Wir waren ohnehin immer ein Herz und eine Seele. Stimmt's, Vittor? Sie schenkte ihm ein vertrauensvolles Lachen und betrachtete ihn voller Zärtlichkeit. Nun, in erster Linie bist du doch zurück nach Venedig gekommen, um das Architekturbüro deines Vaters zu übernehmen. Berichtigte Vittorio sie sanft. Ja, das auch, räumte Tiziana ein. Aber das ist die halbe Wahrheit. Sie kaute auf ihrer Unterlippe herum, stocherte in ihrem Essen und warf schließlich Angela einen raschen Seitenblick zu. In Wirklichkeit habe ich es mir nie verziehen, dass ich damals nicht für dich da war, als Sophia diesen Unfall hatte. Angela kroch eine Gänsehaut über den Rücken. Tiziana sprach von Vittorios Ehefrau, die bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Das hatte sie besonders zu Anfang ihrer Beziehung sehr miteinander verbunden. Beide waren sie verwitwet und noch immer in ihrer Trauer gefangen gewesen. Gemeinsam hatten sie diesen Schmerz überwinden können. Wie kam Tiziana dazu, an diesen wieder zu rühren? Da brauchst du dir keine Vorwürfe zu machen, wandte Vittorio ein und drückte Tizianas Finger. Doch, rief sie heftig und ergriff nun auch Vittorios andere Hand. Dabei hätte sie fast ihr Weinglas umgeworfen. Ich mache mir Vorwürfe und das zu Recht. Du warst immer für mich da, wenn ich dich brauchte. Immer, so wie jetzt. Ich aber. Ihre Stimme versagte und Angela sah mit Bestürzung, dass der jungen Frau Tränen über die Wangen liefen. Peinlich berührt starrte Angela auf ihr Essen. Der Appetit auf Muscheln war ihr vergangen. Was ging hier vor?